Hier sieht man auf diesen Balken, dass hier Lärchenholz verwendet wurde. Das macht man, wenn man ökologisch bauen möchte. Man kann entweder die Hölzer mit Chemie behandeln, dass man keine Schädlegungen, keine Feuchtigkeit hat, die das Holz angreifen können. Oder man macht den ökologischen Weg und benutzt Lärchenholz. Lärchenholz wird auch oft im Fassadenbereich benutzt, einfach weil es sehr witterungsbeständig und sehr hochwertig ist. Also wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.